Ein ruhiger Nachmittag im Hotel Ich habe keine Lust, länger im Hotel zu bleiben. Es gibt hier so viel zu sehen und wir bleiben nur drei Tage. Warum siehst du den ganzen Nachmittag fern? Erstens ist es gut für mein Deutsch und zweitens bezahle ich nicht umsonst ein Zimmer mit Fernsehapparat. Wir können das Zimmer wechseln. Kommt nicht in Frage. Ich ziehe nicht alle fünf Minuten um. Lass uns nur ein Stündchen in die Stadt gehen. Wir können an der Alster spazieren gehen. Bei dem Wetter? Es regnet in Strömen. Dann lass uns in ein Café am Hafen gehen und die Schiffe beobachten. Schiffe kann ich zu Hause jeden Tag sehen. Fernsehen auch. Warum hast du die Reise nach Hamburg bezahlt, wenn du die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzt? Das weißt du doch genau. Um dir eine Freude zu machen. Ein Gespräch mit dem Chef Entschuldigen Sie, Herr Direktor. Darf ich Sie einen Augenblick stören? Aber natürlich, mein lieber Schmidt. Was gibt's? Also, da ist zuerst das Problem mit meinem Gehalt. Ich hatte seit zwei Jahren keine Erhöhung. Damit gehen Sie besser zum Personalchef. Beim Personalchef war ich schon. Dann gehen Sie noch einmal zu ihm und sagen ihm, ich wünsche, dass man Ihren Fall überprüft. Ja, und dann sind da die neuen Computer und die beiden Kollegen, die man entlassen will. Mit diesen Fragen wenden Sie sich an den Betriebsrat. Hm, und dann war ich krank und soll eine Kur machen. Für diese Fragen ist Fräulein Dickmann zuständig. Noch etwas? Ja, und außerdem möchte ich einen Baum vor meinem Fenster. An wen soll ich mich damit wenden? Haben Sie vielleicht eine Idee? Ein Interview Guten Tag. Wir machen eine Umfrage für das Institut Zivilisation. Die Umfrage steht unter dem Motto In Zukunft besser und intensiver leben. Würden Sie mir bitte dazu einige Fragen beantworten? Ja, gern. Wenn es nicht zu lange dauert. Nein, nur ein paar Minuten. Gut, die erste Frage ist Leben Sie lieber in der Stadt in einer Etagenwohnung oder auf dem Land in einem Haus mit Garten? Natürlich lieber auf dem Land, aber... Gut, auf dem Land. Die zweite Frage Essen Sie lieber Schweinefleisch oder Rindfleisch? Natürlich lieber Rindfleisch, aber... Gut, Rindfleisch. Die dritte Frage Arbeiten Sie schneller als Ihre Kollegen? Äh, ich glaube genauso schnell wie Sie. Das ist keine Antwort. Dafür gibt es kein Kästchen. Schneller oder langsamer? Ich weiß nicht. Ich muss jetzt übrigens nach Hause. Meine fünf Kinder warten in der sechsten Etage auf ihre Schweinekoteletts. Ein sympathischer Besuch Es klingelt. Das sind bestimmt schon die Fischers. Die sind immer überpünktlich. Geh bitte an die Tür, Werner. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ah, guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass Sie gekommen sind. Wir auch. Vielen Dank für Ihre Einladung. Aber ich bitte Sie. Kommen Sie doch bitte herein. Oh, was für eine schöne, helle Wohnung. Ja, es ist die hellste Wohnung, die ich kenne. Oh, und was für eine herrliche Aussicht über die Stadt und die Wälder. Ja, es ist die schönste Aussicht, die wir jemals hatten. Wollen wir jetzt vielleicht Kaffee trinken? Meine Frau macht übrigens den besten Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Das liebe Geld Der wievielte ist heute? Der fünfzehnte. Was? Erst der fünfzehnte und schon wieder kein Geld mehr auf dem Konto? Das ist nicht meine Schuld. Ich habe nichts Besonderes gekauft. Ich auch nicht. Die haben sicher bei der Bank einen Fehler gemacht. Das glaube ich auch. Lass uns mal nachrechnen. Also, da war die Telefonrechnung. Die war ziemlich hoch, weil wir so oft mit Mutti in Hamburg telefoniert haben. Ja, und dann die Stromrechnung. Die war auch ziemlich hoch, weil es in den letzten Monaten so kalt war. Und dann haben wir dreimal in Restaurants gegessen, die nicht gerade billig waren. Erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich an die Essen. Die waren wirklich ausgezeichnet. Etwas teuer, aber trotzdem gut. Wir haben immer mit Scheck gezahlt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Vielleicht hat die Bank doch recht und wir haben uns geirrt. Endstation Endstation, alles aussteigen, bitte. Alle Leute steigen aus, bis auf einen kleinen, alten Mann, der eingeschlafen zu sein scheint. Der Busfahrer geht zu ihm und spricht ihn an. Hören Sie, Sie müssen aussteigen. Warum? Fahren Sie nicht weiter? Doch, ich fahre weiter. Das ist gut. Ich will auch weiterfahren. Das geht nicht. Hier ist Endstation. Ja, aber Sie haben gerade gesagt, dass Sie weiterfahren. Ja, nein, gut. Ich fahre nicht weiter. Ich fahre zurück. Oh, das macht nichts. Dann werde ich mit Ihnen zurückfahren. Beim Arzt Sie sehen aber schlecht aus, Frau Meier. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen, Herr Doktor. Was fehlt Ihnen denn? Mir war gestern Abend sehr schlecht. Ich habe mich den ganzen Abend übergeben. Und heute? Wie geht es Ihnen heute? Besser, Aber ich fühle mich noch etwas schwach auf den Beinen. Haben Sie noch Magenschmerzen? Nein, mir ist nur etwas schwindelig. Tja, vielleicht haben Sie gestern etwas Komisches gegessen? Nein, ich habe das gegessen, was alle gegessen haben. Hm, so. Wann ist Ihnen denn schlecht geworden? Ich habe fern gesehen. Wissen Sie, die Sendung über Chemie in Lebensmitteln. Und dann plötzlich... Verkäufer sein ist nicht leicht. Was wünschen Sie? Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, ich hätte gern ein Taschentuch. Ein einziges Taschentuch? Sie meinen wohl eine Geschenkpackung Taschentücher? Nein, nein, ich möchte ein schönes, großes Taschentuch für meine Mutter. Na gut, wenn Sie wollen. An welche Farbe haben Sie denn gedacht? Hm, an nichts Bestimmtes. Können Sie mich nicht beraten? Sie beraten? Selbstverständlich. Hier habe ich zum Beispiel ein rotes aus reiner Seide. Und hier... Rot. Ja, rot, das ist hübsch. Rot steht meiner Mutter sehr gut. Steht ihr gut? Na denn, umso besser. Nehmen Sie es? Ich denke ja. Welches Waschmittel können Sie mir dafür empfehlen? Das Waschmittel ist egal. Aber Sie dürfen es nur in lauwarmen oder kaltem Wasser waschen. Ach so. Man kann es nicht in der Waschmaschine waschen. Das ist zu unpraktisch. Vielen Dank, aber ich nehme es doch nicht. Auf Wiedersehen. So, endlich mal Deutsch gesprochen. und ich habe mich verständlich gemacht. Ein glücklicher Zufall Entschuldigen Sie, was trinken Sie da? Ein Alsterwasser? Was ist denn das? Das ist Bier gemischt mit Limonade. Halb Bier, halb Zitronenlimonade. Ach so. Bei uns in München heißt das Radler. Aha. Sie sind also Münchner. Wohl zum ersten Mal in Hamburg, was? Ja, so ist es, obwohl meine Mutter Hamburgerin ist. Aber mein Vater ist ein echter Bayer und hasst alles, was nördlich von Bayern liegt. Und Sie? Sind Sie von hier? Ja, ich bin waschechter Hamburger und kenne die Stadt wie meine Westentasche. Na, dann können Sie mir bestimmt sagen, was man an einem traurigen Sonntag Morgen hier machen kann. Klar. Schon mal was gehört von St. Pauli, dem alten Hafenviertel? Ja, aber das ist doch das Vergnügungsviertel, wo nur nachts was los ist, oder nicht? Nee, nee. Sonntagmorgens ist da Fischmarkt. Das müssen Sie gesehen haben. Kommen Sie. Ich begleite Sie. Ich habe auch gerade nichts zu tun und außerdem kann ich dort gleich Fisch für heute Abend einkaufen. Bis zum nächsten Mal. Es gibt hier so viel zu sehen und wir bleiben nur drei Tage. Warum siehst du den ganzen Nachmittag fern? Erstens ist es gut für mein Deutsch und zweitens bezahle ich nicht umsonst ein Zimmer mit Fernsehapparat. Das weißt du doch genau. Um dir eine Freude zu machen. Ein Gespräch mit dem Chef Ein ruhiger Nachmittag im Hotel Ein ruhiger Nachmittag im Hotel Ich habe keine Lust, länger im Hotel zu bleiben. Dann lass uns in ein Café am Hafen gehen und die Schiffe beobachten. Schiffe kann ich zu Hause jeden Tag sehen. Fernsehen auch. Warum hast du die Reise nach Hamburg bezahlt, wenn du die ganze Zeit im Hotelzimmer sitzt? Wir können das Zimmer wechseln. Kommt nicht in Frage. Ich ziehe nicht alle fünf Minuten um. Lass uns nur ein Stündchen in die Stadt gehen. Wir können an der Alster spazieren gehen. Bei dem Wetter? Es regnet in Strömen. zum nächsten Mal.